10.000 Abonnenten. Zum Anlass dieses Events habe ich hier etwas vorbereitet. Ich schließe dieses Level so schnell wie möglich ab und lade ein Video davon auf meinem Discord-Server hoch. Die schnellsten Versuche werden wir uns am 23.06. live auf YouTube anschauen. Kommen wir aber nun zum Level. Das Level bietet verschiedene Möglichkeiten es abzuschließen. Es klickt an euch den schnellsten Weg zu finden. Die Subboard startet bei 0 Meter und wir versuchen die 10.000 Meter zu erreichen. Nachdem wir hochgegliedert sind, wartet ein Boom Boom Kampf auf uns. Auch dieser kann auf verschiedene Weisen bekämpft werden. Ich bekämpfe ihn hier auf dem normalen Weg. Nach dieser Türe haben wir die 100 Meter erreicht. Und jetzt müssen wir als nächstes diese Weinpassage nach oben klettern. Hier wird es etwas anspruchsvoller und im Anschluss müssen wir die roten Münzen so schnell es geht einsammeln und ab in die Türe. Jetzt haben wir schon die 1.000 Meter erreicht und Bowser versucht uns aufzuhalten. In diesem Pausenraum rüsten wir uns erstmal richtig gut aus und frisch gestärkt starten wir weiter durch. Den Propellerhut wird ab jetzt einfach. Wir können einige Sachen auslassen, hier zum Beispiel an deinem Toast vorbei und ab in die Türe. Jetzt haben wir die 5.000 Meter erreicht und auch hier lassen wir einen großen Teil mit dem Propellerhut aus. Zum Schluss ist es Zeit uns selbst zu feiern und noch durch diese Pipe und ab ins Ziel. Bin echt gespannt wie schnell ihr dieses Level abschließen werdet. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. önemisch!